Bekommen wir, wenn wir Ocarina of Time in die Pubertät schicken und es eine besondere Phase durchmacht, diese rebellische Phase, wisst ihr? Mit Tattoos, schwarzen Haaren, Lidschatten, Eyeliner und Tokio Hotel Liedern. Dann bekommen wir Twilight Princess. Oh, what the hell, haben die das damals auch auf der E3 2005 gedacht, als das zum ersten Mal gezeigt wurde? Ich glaube, das war nicht so der generelle Eindruck. Wir waren alle ziemlich gehypt und, ähm, ja, ich kann nicht für dich sprechen oder für alle anderen. Bei mir sieht das heute ein klein bisschen anders aus. Yay, wir reden heute über Twilight Princess. Ja, ich freue mich schon drauf. Ähm, nee, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Nintendo sich gedacht hat, ja, okay, wir machen jetzt ein rebellisches, äh, ein rebellisches Zelda oder sowas. Aber die Fans wollten ein erwachsenes Zelda-Spiel haben und das haben wir damit auch bekommen. Leider bedeutet das, dass wir irgendwie die ganzen Kontraste zurückschrauben mussten, damit wir eine Atmosphäre bekommen, die überwiegend aus Dunkelheit und unangenehmen Gefühlen besteht. Das ist halt dann das Erwachsene an Nintendo-Spielen. Moment mal, das heißt, das Spiel ist so? Ich dachte, das Gameplay, was du mir geschickt hast, du hast einfach den Kontrast seltsam eingestellt. Äh, nee, leider nicht. Das Spiel musste ich auch so spielen. Ich würde sogar sagen, dass es damals auf dem Gameplay, äh, auf dem Gameplay genau, auf der Gameplay noch ein bisschen besser aussah als jetzt in HD. Auf dem Gameplay wäre es wahrscheinlich ein bisschen bunter gewesen, in schwarz-weißen. Ich dachte jetzt eher an den Gameboard-Bands. Ja. Das Spiel, was wir da vorbekommen hatten, war ja Minish Cap und das war ja nochmal richtig schön bunt. Da könnten wir uns aber nochmal so an die ganze, ähm, ja, Launch-Phase zurückerinnern und wie das Spiel überhaupt so langsam zustande gekommen ist. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit die Ocarina of Time-Diskussion, das Spiel, was ja wegweisend für die ganze Zelda-Serie war. Da hieß es aber auch erstmal, ja, jetzt warten, welches Spiel an den Erfolg anknüpfen kann. Majora's Mask hat das damals für viele nicht getan. Heute hast du natürlich sehr viel mehr Fans für dieses Spiel gefunden. Damals war die allgemeine Meinung jedoch, dass Ocarina of Time das deutlich bessere Spiel war und das Warten ging weiter. Das N64 war gerade dabei, seinen letzten Atemzug auszurauchen, doch ein frischer neuer Wind stand an, der Gamecube wurde angekündigt mit einer Reihe an verschiedenen Tech-Demos, wozu es auch eine Zelda-Tech-Demo gab. Die werden viele wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen haben, wo Link und Gangendorf einen Schwertkampf untereinander austragen und das Ganze sieht mehr aus wie ein, ja, grafisch schöneres Ocarina of Time, könnte man sagen. Es war keine feste Ankündigung für ein Game, aber schon mal ein guter erster Eindruck, was auf der neuen Nintendo-Konsole alles möglich wäre. Ja, und dann kam Wind Waker. Genau, ich glaube, das war sowieso dann der größte Schlag für viele Fans. Die haben halt alle etwas wie Ocarina of Time erwartet und Wind Waker fiel halt nicht in diese Kerbe rein. Ich gestehe ein, als ich das das erste Mal in Magazinen gesehen habe, wir hatten ja damals, naja, all diese Videos nicht im Internet, erinnerst du dich noch an die Qualität dieser Videos, als die 2003 ins Internet kamen? So richtig schön, richtig schön, schön, low-quality, dass sogar YouTube in seinen Anfangsjahren bluschen würde? Ich glaube, ja, aber ich meine, ich will mich nicht mehr daran zurückerinnern. Ist sowieso egal, die meisten von uns hatten noch Magazine und Screenshots und da habe ich das erste Mal eben, ja, Wind Waker gesehen. Ich war auch ziemlich enttäuscht, für was für eine Richtung man sich entschieden hat, habe es dann aber dennoch gekauft, war ja ein braver Nintendo-Fan und war dann auch eines meiner Geburtstagsgeschenke, als es... Wann kam es raus? 2003 oder 2004? 2002? Nee, ich meine, 2003 kam es raus. Dann wahrscheinlich 2003. Also, für mich ist das irrelevant. Ich habe es in der Platinum Edition damals gekauft, deswegen... Also, wir waren beide spät genug dran, dass wir nicht die Version bekommen haben, die Ocarina of Time noch mit Intus hatte. Das gab es ja für alle Vorbesteller oder in der Erstauflage, dass es noch eine zweite Disc dazu gab. Mit Ocarina of Time und dem, naja, Master-Quest-Modus dazu. Mhm, die hatte ich natürlich nicht. Aber ja, Wind Waker war dann für viele eine große Enttäuschung. Allein nur wegen dem Stil. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass viele Zelda-Fensterspiele dennoch sehr gerne mochten und nicht gerade wenige es als auch Favorit haben. Dennoch wollte weiterhin diese Ocarina of Time-Lücke irgendwie gefüllt werden. Man wollte wieder ein erwachseneres, düsteres Zelda und der Gamecube war eine der wenigen Konsolen von Nintendo, die zwei Zeldas bekommen haben. Und das war dann eben Twilight Princess, was zum ersten Mal auf der E3 2005 gezeigt wurde. Und E3 gibt es ja nach wie vor. Wir haben ja immer noch teilweise diese ganzen Live-Präsentationen nicht mehr von Seiten Nintendo. Doch die Freude, die damals im Raum war, als das Spiel zum ersten Mal gezeigt wurde, wie das Publikum dabei ausgerastet ist, das hat es nie wieder gegeben. Meinst du nie wieder? Weil ich finde, dass der Metroid Prime 4 Antis doch echt gut in die Kerbe geschlagen hat. Kann man betrachten, wie man möchte. Wir hatten ja auch hier leider wieder keine traditionelle Pressekonferenz von Nintendo, um das jetzt nur anhand von so ein paar Locations abzuwägen. Bei Metroid Prime war es eher so, man war froh, dass die Serie nicht tot war. Da konntest du alles zeigen, was du wolltest. Hauptsache, es geht weiter und es heißt nicht Federation Force. Ja, okay, das stimmt. Ich muss jetzt aufpassen, dass wir da nicht zu sehr in die ganze E3-Kerbe schlagen. Da hätte ich noch einiges zu sagen, aber das geht, glaube ich, nicht hin. Naja, in Bezug auf Zelda Twilight Princess ist das ja jetzt nicht so schlimm, weil damals war halt jeder begeistert davon. Und ich meine, die haben ja auch cool angefangen mit dem Trailer. Und auch halt, dass es ganz zum Schluss kam und dann halt wir einen Trailer bekommen haben, wo Link dann am Reiten ist und das Schwert zieht auf dem Pferd und es war schon verdammt cool. Und die Musik im Hintergrund, wie das alles inszeniert war und auch wenn ich mir heute noch die Aufzeichnung von der Präsentation angucke mit dem Publikum, was da mittendrin ausrastet, ich kriege immer noch ein bisschen Gänsehaut dabei. Auf jeden Fall, doch. Tja, kam ja letztendlich nicht nur für den guten alten GameCube raus, sondern auch für die brandneue, revolutionäre Nintendo Wii. Wobei ich der Meinung bin, dass die GameCube-Version immer noch die bessere ist von den beiden jetzt. Was? Aber die hat doch gar kein 16 zu 9 Bild. Ist das denn nicht das Ausschlaggebende? Naja, es kommt immer darauf an, wie man es vergleicht. Ich hatte damals ja keine Wii. Du hast das ja für die WLAN bekommen gehabt. Ich musste auf die GameCube-Version warten und wie ich gewartet habe. Meine Güte, habe ich gewartet. Ich war ständig in der Stadt, weil die GameCube-Version zwar bestellt wurde, aber nie ankam. Und ich habe, glaube ich, wochenlang gewartet. Kam die nach der Wii-Version raus? Ja, die kamen einen Monat später. Nicht so wie bei Breath of the Wild, wo die Wii U- und Switch-Version gleichzeitig erschienen. Man wollte der Wii noch damit so einen kleinen Push geben und, naja, Nintendo hatte schon damals ein paar shady Taktiken, konnte man sagen. Ein Monat ist gut. Ich habe da, glaube ich, zwei Monate drauf gewartet. Den einen Monat habe ich halt jetzt abgesessen, ja. Und danach war ich fast täglich immer in der Stadt, um nachzufragen, ob mein Game denn da ist. Und ich weiß noch, wie ich dann da stundenlang im Saturn herumstand, mir Sachen angeguckt habe und gewartet habe, bis die dann irgendwann um 13, 14 Uhr die Dings auspacken, die Nintendo-Kartons. Aber irgendwann war es da. Irgendwann war es das, ja. Ja, aber... Moment, hast du das dann nicht vorher auch mal bei mir auf der Wii gespielt? Hatte ich, ja. Also hat es dich noch umso heißer auf deine eigene Version gemacht, die du dann bekommen würdest? Genau. Ich hatte halt unheimlich Bock dann auf das Spiel. Und ja, ich habe halt darauf gewartet. Da ich halt keine Wii hatte, musste ich halt länger warten. Und da das nicht angekommen ist, musste ich halt noch länger warten. Aber am Ende des Tages war ich halt vollkommen zufrieden damit. Ja, okay, es war nicht 16 zu 9, aber ich meine, ich hatte damals sowieso keinen 16 zu 9 Fernseher. Von daher hat es mich eher wenig gestört. Und du hattest den Vorteil, du musstest deinen Arm nicht so sehr beanspruchen. Das kommt ja auch noch hinzu. Ich konnte das ganz normal mit dem Button spielen. Das Vergnügen hatte ich leider erst mit der später kommenden Wii U-Version in HD, die jetzt gar nicht mal so viel hübscher aussieht, finde ich. Aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Vielleicht wollen wir dann auch mal auf das eigentliche Spiel eingehen, das, worauf wir uns beide so sehr gefreut haben. Ich war natürlich auch total im Hype. Ich hatte das Riesenglück, dass meine Familie mir damals die Wii zu Weihnachten geschenkt hat und wir noch am Releasetag schnell zu Saturn morgens gestiefelt sind. Und das war ein Schlachtfeld, das sage ich dir. Ich bin froh, dass ich da halt rausgekommen bin, inklusive Zelda Twilight Princess. Das glaube ich gern. Ich habe so eine Erfahrung nie machen dürfen. Früher wollte ich das sehr gerne, also eine Konsole auch zum Launch haben und was weiß ich. Mittlerweile denke ich mir, nee, muss ich nicht haben. Gerade zum Launch sind Konsolen sowieso immer wieder ein bisschen problematisch. Daher heutzutage bin ich da ein bisschen pragmatischer geworden. Aber damals, ja, hätte ich das gerne gehabt. Ja, stell dir das mal vor. Das war ungefähr drei Wochen vor Weihnachten oder zwei irgendwie so um den Dreh. Und ich war natürlich schon super im Hype und dann kam Heiligabend. Geschenke wurden ausgetauscht und ich hatte meine Wii, ich hatte Twilight Princess und ich hatte so viel Spaß an diesem Abend mit Riesports. Twilight Princess, ja, der Hype, den ich anfangs so sehr aufgebaut habe, es hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass Twilight Princess nicht so mein Zelda-Game war und deswegen meinte ich auch schon vorhin, als wir uns ein bisschen unterhalten haben, bevor die Aufnahmen jetzt anfingen, du wirst uns heute hauptsächlich durch diese Unterhaltung führen, denn ich habe von Twilight Princess fast gar nichts mehr im Kopf. Das war für mich ein One and Done. Ich habe das einmal durchgespielt auf der Wii, habe es mir dann zwar für die Wii U geholt, konnte mich aber gar nicht aufraffen, das länger als sieben Stunden zu spielen. Ja, Leute, the stage is yours. Erzähl uns ein bisschen was zu Twilight Princess, was das Spiel besonders macht oder vielleicht auch nervig und deinen allgemeinen Eindruck. Und ich gehe gerne darauf ein. Ja gut, ich kann ja mal so ein bisschen versuchen, einige Eindrücke von mir zu vermitteln, äh, vermitteln auch. Im Grunde genommen ist das, was ich schon sagte, es ist ein Ocarina of Time in der Rebellenphase, weil da sind so viele Ähnlichkeiten. Ich habe das Gefühl, dass die bei Nintendo dachten, okay, was hat Ocarina of Time so besonders gemacht, das machen wir jetzt nochmal, nur ein bisschen besser. Und ich gebe dir in vielerlei Hinsicht recht, eigentlich in fast allen Hinsichten. Ich habe das damals sehr gern gespielt und heutzutage, ich habe die Wii U-Version nie durchgezockt und für die Aufnahme bin ich nochmal reingegangen, um halt ein paar Bildmaterialien zu capturen. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, nach dem ganzen Luxus, den wir über die Jahre hatten, fiel es mir schwer, da wieder reinzukommen. Denn das ist halt nicht so, toll gealtert. Gerade was Open World und sowas angeht, macht das Twilight Princess überhaupt nicht richtig. Es ist total linear. Also wirklich schnurgerade, du folgst diesem Faden die ganze Zeit lang. Und das hatte ich komplett vergessen. Ich musste für das Spiel halt, damit ich was capturen kann, dachte ich mir, okay, komm, machst du mal eine Mission. Ich hatte die Wahl, dachte ich, dass ich in zwei Dungeons gehen kann, weil ich die Spiegelscherben noch sammeln musste. Und ich wollte unbedingt in den letzten Dungeon gehen, ohne zu wissen, dass es der letzte Dungeon ist, im Hinterkopf. Und das ging natürlich nicht. Und ich musste eine Haufenweise, also eine Riesenreihe von Quests erfüllen, mit einem Dungeon dazu natürlich, damit ich überhaupt dorthin kann, wo ich eigentlich hinwollte. Mittlerweile ist es halt wirklich so, das Spiel war damals cool, wenn das jetzt noch mal rauskommen würde für die Switch, ich meine, Nintendo wird es wahrscheinlich wieder für 60 Flocken verkaufen, seien wir ganz ehrlich. Und ich würde sagen, nee, das würde ich dafür jetzt nicht mehr investieren. Ich finde das ja immer so ein bisschen amüsant, wenn Leute sagen, die Welt von Breath of the Wild die wäre so riesig und es gäbe ja nichts da zu tun, das wäre an sich vollkommen öde. Die haben eindeutig noch nicht Twilight Princess gespielt. Twilight Princess ist nicht mal annähernd so groß, es fühlt sich halt groß an, aber in dieser Größe, die im Spiel drin ist, gibt es kaum irgendwas zu tun. Das soll auch überhaupt nicht so heißen, als hätte das Spiel überhaupt nichts, was Mellbert bieten würde, keine Quests, die man machen kann und das erste Mal durch die große Steppe mit Epona reiten, am besten noch bei Sonnenuntergang, war episch, war ein guter erster Eindruck, das war es aber eben auch ein guter erster Eindruck. Also der gute erste Eindruck war bei mir, so wie es bei Zelda üblich ist, so im Kontext. Ähm, das Spiel, ich meine, okay, wir können ja mal erwähnen, was das Selling Feature des Spiels eigentlich war. Das war ja Okami! Was? Das Selling Feature das Spiels war Okami! Wieso Okami? Kam das nicht danach raus? Wolf Link? Nein, Okami kam vorher. Achso, okay. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass man halt auf dem Pferd kämpfen konnte und eben auch Wolf Link, das wurde ja damals auch promotet und ja gut, das mit dem Wolf Link war am Anfang ziemlich cool, bin ich ganz ehrlich. Später wurde das eher zur Qual, finde ich, weil man halt immer wieder gezwungen war, zum Wolf zu werden. Dadurch hat man halt so eine gewisse Es geht auf den Sack! Ganz einfach. Es geht einer auf den Sack. Ich weiß nicht, wie du das damals empfunden hast. Ich fand das S mit Wolf Link spannend. Leider wusste man ja an sich schon vorher alles in Bezug darauf, wie das zustande kommt. Aber dennoch, als man dann ja plötzlich in die Schattenwelt gerissen wurde und auch Midna kennenlernt, ich hoffe, du erzählst gleich auch ein bisschen was über sie, das dürftest du ja auch besser im Kopf haben. Doch war einmal links ganze Welt hat sich verändert, du bist im Reich der Schatten in einer ganz neuen Gestalt. Es war schon spannend, sich mit seinem ja neuen Körper, sag ich mal, zurechtzufinden und wie anders sich damit auch kämpfen lässt. Später war es aber hauptsächlich beschränkt auf irgendwelche Suchaufgaben, habe ich den Eindruck, dass du irgendwelche Gebiete von ihrem Schattendasein befreien musst, diese magischen Kugeln einsammelst und das war, das ist eigentlich das Einzige, was mir da noch vom Wolf Link in Erinnerung geblieben ist. Also ja, auf Mitner, da muss ich sogar drauf eingehen, denn Mitner ist meiner Meinung nach sowieso der Grund, warum man dieses Spiel weiterspielt, beziehungsweise dran bleibt oder generell spielt halt. Weil, ich habe ja schon vorhin gemeint, dass alles so im Subtext ist, beziehungsweise eben nicht direkt erklärt wird oder nicht direkt gezeigt wird, was vieles an diesem Spiel auch neu ist und dazu kommt hinzu, klar, wir hatten jetzt bei Wind Waker schon Mimik gehabt, das war in Wind Waker auch deutlich besser gemacht, konnte man wahrscheinlich auch ein bisschen besser machen wegen der Comic Grafik. Dieses Spiel lebt aber von Mitner und ihrer, ja, Mimik, ihren Kommentaren, finde ich. Ob das jetzt Kommentare verbal sind oder nonverbal, ich finde, das darf man auf keinen Fall unterschätzen bei dem Spiel. Es gibt immer wieder so kleine Highlights, zum Beispiel, wenn Epona verletzt ist und Lüya heißt die, glaube ich. Lüya. Äh, wie? Du meinst doch die quasi Freundin von Link? Nee, Ilia. Ilia. Ilia, das ist ein I, okay. Ja. Ja, halt Ilia macht dann Link komplett zur Sau und den Vater gleich mit dazu und wenn die beiden sich halt so einen Blick dann austauschen. Das ist so, diesen Blick kennen Männer, die irgendwie von Frauen umgeben sind und gleich angeschrien werden. Das ist so ein typischer Männerblick, finde ich. Und das ist halt etwas, was mich amüsiert. Das hat nicht jeder Charakter und das ist, glaube ich, auch am Anfang deutlich mehr gegeben als später im Spiel. und ich kann auch verstehen, warum halt viele sagen, Midna ist die Beste, weil sie trägt das ganze Spiel. Also muss sie einen Grund haben oder muss sie halt auch gut sein, finde ich. Und das ist sie zum Glück, aber spieltechnisch gesehen ist sie halt auch eigentlich eine Navi, wenn du das so möchtest. Klar, im Laufe des Spiels macht sie eine Charakterentwicklung durch und für ein Nintendo-Spiel ist das auch ganz gut, was da passiert. Aber nichtsdestotrotz, außer dich zu wapen und dich in einen Wolf zu verwandeln, macht sich halt nicht wirklich viel. Also sie ist auf jeden Fall die spannendere Prinzessin im Spiel, weil wenn ich so mein Ranking der Zeldas machen würde in der ganzen Serie, die aus Twilight Princess, wäre wahrscheinlich sogar ganz weit unten abgeschlagen. nur ganz knapp über der aus den CD-i-Games. Die Zelda? Ja, die Zelda. Zelda ist in dem Spiel für mich so ein unglaublich kalter und emotionsloser Charakter gewesen. Und es muss ja auch nicht jede Zelda gleich sein, doch immer wenn sie dann die Bildschirmfläche betrat, war da so ein leichtes Unwohlgefühl. Ich weiß nicht, ob du verstehst, wie ich das meine. Ich verstehe sehr gut, wie du das meinst. Denn jedes Mal, wenn du sie auch gesehen hast, war der Bildschirm ja komplett in Grau irgendwie. Sie war ja in diesem grauen Turm, sie hatte ein graues Gewand über ihren Klamotten und alles war so grau in grau mit drückender Musik und dieser Pathos, der davor herrscht. Und ja, es ist halt immer bedrückend gewesen. Da fand ich halt auch mit einer deutlich angenehmer. Gerade wegen ihren Kommentaren, gerade wegen ihrer ihren Charakters. Ich überlege gerade, welche Charaktere gab es noch in Twilight Princess. Ich habe vor allem jetzt Mitten am Kopf und Zelda, Ilja, die Dorfkinder mit den Link öfter zu tun hat, die er ja auch später rettet. Abseits davon. Zählt die Tante als hochkaretter Charakter? Sie zählt als Charakter. Also Charaktere gibt es eine Menge. Ich glaube, so können wir es erstmal stehen lassen. Welcher Charakter aber wirklich halt eine Daseinsberechtigung beziehungsweise irgendwie Leben in dieses Spiel reinbringt, davon gibt es, glaube ich, nicht mal eine Handvoll. Ich meine, es ist ja klar, dass Link hier wieder ein Stein ist. was Emotionen angeht. Klar, es gibt ab und zu Gelegenheiten, wo er ja mal grinst, wo er mal ein bisschen wütend ist. Die gibt es, das stimmt. Aber trotzdem ist er halt ein Stein. Aber was ist denn mit Agneta? Hast du sie komplett vergessen? Sie hat es auch sogar in High World Warriors geschafft. Ja, ich erinnere mich noch an sie. Die Sache ist nur, das war halt ein Nebenquest, die man halt irgendwann mal getroffen hat und ich hatte noch, bevor ich das Spiel gezockt habe, in Erinnerung, dass ich die ganzen Tiere halt, wo sie fangen musste, die ganzen Krabbelviecher. Ich dachte, ich hätte in dem Spiel einen Kescher gehabt. Den war gar nicht so. Du musstest die mit dem Enterhaken fangen, kann das sein? Bitte was? Man hat in dem Spiel keinen Kescher, kein Insektenfangnetz. Aber dafür einen Morgenstern in der Tasche. Gut. Eben, ich meine, die Hauptquest, also die Hauptquest ist nicht, aber die Quest begleitet dich durch das ganze Spiel, wenn du so willst. Die besteht darin, finde Insekten, jeweils ein paar, männlich und weiblich und bring sie hierher. Und du bekommst keinen Kescher dafür, sondern musst sie halt aus Entfernung dann mit dem Enterhaken zu dir ziehen und dann halt einfach aufpicken. Wie wäre es, wenn wir dann vom Thema Charaktere zu Items kommen? Da habe ich wenigstens noch so ein klein bisschen was im Kopf. Kommen wir sofort. Ich wollte nur noch sagen, dass es ja auch noch den Jüngling gibt. Ich habe wieder keine Ahnung, wie der heißt. Der Jüngling? Ja, der Junge, der Link als Vorbild hat mit dem blonden Haar. Ähm. Wie hieß er? Wenn du den Namen noch kennst, ne? Irgendwas mit C. Colin, irgendwie so, keine Ahnung. Ich glaube, keiner von denen hatte irgendwie einen leicht auszusprechenden Namen gehabt. Ich erinnere mich noch an dieses, ähm, Man Baby. Ja. Ich meinte ja, dass mir das Charakterdesign in dem Spiel nicht gefällt. Und er ist auch eines der Gründe dafür. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe in Artbook oder so gelesen oder in der Historia, dass die Entwickler den so total cool fanden und die Idee, dass er einen eigenen Laden dann später aufmacht, fanden die auch super. Ich habe mich nie so dafür interessiert für den Charakter. Das kann man aber auch zu den ganzen anderen Kindern sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, kannst du dich noch an die ganzen Kinder erinnern? Da hätten wir einmal das Mädel und die beiden Jungs, die aussehen wie Mädels. Ich fand das Charakterdesign teilweise so androgyn gehalten, dass ich nicht wusste, ob die jetzt männlich oder weiblich sind. Ich dachte jahrelang, also wirklich jahrelang, das wären da alles Mädels. Ich erinnere mich noch an den einen Jungen, der auch so ein bisschen Link nacheiferte. Er hat ja glaube ich auch, hat der nicht das Schwert dir abgenommen am Anfang und deswegen hatte Link keins als das Dorf von den Bockblins? Haben die das Dorf überfallen? Du weißt, welche Szene ich meine, oder? Ich weiß, welche Szene du meinst. Ich meine ja, er ist doch damit zum Tempel gegangen, um die Affen zu verjagen oder irgendwie sowas. Genau. Oder wollte trainieren, keine Ahnung, und als dann halt die Bockblins da waren, ja, konnte er sich nicht verteidigen, aber selbst wenn er das Schwert gehabt hätte. Ich meine, der Link hat nur einen Schlag auf den Kopf bekommen und lag dann da, brach. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was gebracht hätte. Mir fühlt der Junge jetzt so ein, der ist so der typische 0815-Protagonist in irgendeinem schonen Anime. In seiner jungen Phase. Protagonist weiß ich jetzt nicht. Er möchte gerne Protagonist sein. Das ist so der Nebencharakter, der dafür da ist, damit der Hauptcharakter eine Charakterentwicklung macht. Verstehst du? Ich verstehe schon. Und ansonsten, das ganze Dorf ist austauschbar, finde ich, von den Charakteren her. Keiner von denen bleibt einen in Erinnerung. Alle sind so normal. Ich meine, es fängt ja sogar damit an, dass du eigentlich mit einem Charakter dort am See sitzt oder am Teich sitzt und die sich erst mal natürlich wieder mit einem Pathos unterhalten. und Links soll ja eine Aufgabe für ihn erfüllen. Erinnerst du dich noch? Ja, es wurde gesagt, Links soll etwas an Strasse Hyrule liefern und ich konnte es gar nicht abwarten, endlich dann nach Hyrule zu kommen. Das war für mich nämlich ein weiteres Problem von Twilight Princess, wie zäh vor allem der Anfang war. Gerade wenn du das vergleichst mit sagen wir Ocarina of Time, wie schnell du da dein erstes Equipment bekommen hast, in den ersten Dungeon gegangen bist. Bei Twilight Princess hat sich alles so gestreckt angefühlt. Ich mochte aber die Atmosphäre des Dorfes an sich, das war ein schön idyllisches Plätzchen. Nur bis der Wald endlich mal so ins Rollen gekommen ist, da, ja, das war so das erste, was mir im Spiel so ein bisschen unangenehm aufschließt. Ich fand's cool, dass Link in dem Spiel anscheinend ein Farmjunge war und auch halt da an der Farm gearbeitet hat. Ich meine, deine erste Aufgabe ist ja, dir Vieh einzutreiben. Weißt du noch, wie schön das war? Ja, das war ein ganz nettes Minispiel. Das war so nett, dass du es mehrmals machen musstest. Eben. Ich sag's mal so, ich fand's dennoch cool, dass Link nicht einfach nur da war, sondern offensichtlich in dem Dorf lebt. Allein schon halt eben der Austausch dann auch mit Ilia und dem Bürgermeister und alle kannten sich eben, wie es in dem Dorf halt so ist. Klar hat man das auch irgendwo in Ocarina of Time. Nur fand ich das da eher viel kälter. Ich meine, okay, die mochten ja alle Link eigentlich gar nicht, weil er ja nicht Teil von denen war. Ja, ich denke, aber auch hier muss man so ein bisschen bedenken, wann welche Spiele rauskamen. Ja, das natürlich auch. Aber ich gehe halt immer davon aus, dass ich finde, das muss man hier in diesem Spiel auch machen. Sonst sieht's schlecht für das Game aus. Wir können es auch vergleichen mit dem Anfang von Ohnepäcker, in welcher Stadt Link da gewohnt hat und wie gut er mit da allen zurechtkam. Das hat sich auch eigentlich ganz angenehm angefühlt. Link sollte ja diese kleine Heldenzeremonie machen und dann hieß es, ja, wir treffen uns alle nachher zum Abendessen. Hat es auch das Gefühl, die kennen sich alle, die sind miteinander vertraut. Auch wie Link dann bei dem Schwertmeister da trainiert hat, das war ja auch so ein bisschen ja, lustig gehalten. Vor allem, wenn Link dann seine Überdrehung gemacht hat und dann aus dem Gleichgewicht geraten ist und so hertorkelte. Das waren alles so kleine charmante Eigenheiten des Spiels. Etwas, das mir dann in Twilight Princess gefehlt hat. Ich glaube, dass die meisten meiner Kritikpunkte bei Twilight Princess belaufen sich darauf, es ist einfach nicht meine Art Zelda. Und deswegen, wenn ihr Riesenfans von Twilight Princess seid, seid mir bitte nicht böse für das, was ich hier gesagt habe oder vielleicht noch sagen werde. Das meiste beläuft sich wirklich darauf, es ist nicht meine Art von Zelda. Also, ich finde, dass Zelda hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, Twilight Princess, auch wenn es nicht eine Art von Zelda ist. Es ist so ein Zeitzeuge, möchte ich schon fast sagen. Es ist halt die Antwort von Nintendo auf jeden, der meinte, Wind Waker ist scheiße, wir wollen ein erwachsenes Zelda haben. Und das kommt dann dabei raus. Die Sache ist halt die Umsetzung. Oft ist das halt so, es gibt, wie gesagt, es gibt ein paar nette Sachen, die will ich ja gar nicht abstreiten. Pferdkämpfe hatten wir, die sind hier schön in Szene gesetzt, finde ich. Später kommt ein Duell auf der Brücke, was ich auch ganz cool fand damals. Erinnerst du dich noch daran? Das weiß ich noch. Eine der wenigen Szenen, die mir im Kopf geblieben sind. Und weißt du, eine Sache, die haben wir noch gar nicht erwähnt, aber das sollten wir vielleicht tun? Der ursprüngliche Antagonist des Spiels, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, auf den wollte ich noch zu sprechen kommen, wenn ich so mehr über die negativen Sachen rede. Oh, du empfindest es als negativen Punkt. Okay. Die Entwicklung, die er durchmacht, empfinde ich es ein bisschen als negativ. Also, ja, Santos. Zanto? 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 Keine Ahnung. Zanto, glaube ich, stimmt. Ähm, bist du noch da? Ja, ne? Ich bin noch, ja, klar, warum sollte ich nicht da sein? Wir reden doch über das schönste Zelda-Spiel überhaupt. Ich dachte, du wärst weggelaufen. Ja, mir ist zwar danach, aber ich hab mich an den Stuhl gekettet. Also, Zanto, seine, ich will Introduction sagen, ähm, wenn er vorgeführt wird, das ist ja alles ziemlich cool gemacht. Jedes Mal, wenn über ihn gesprochen wird, wirkt er ja wie ein wirklicher Bösewicht. Aber wenn du dann gegen ihn kämpfst, fällt sofort auf, er ist halt auch wieder so der Verrückte. Und das ist in deinem Fall jetzt eher negativ? Läuft es darauf hinaus? Ich weiß nicht, ob das jetzt negativ ist. Ähm, die Sache ist nur halt, er wird aufgebaut als Herrscher, also jetzt vorreitender Herrscher der Schattenwelt. Und er ist bedrohlich. Und keine Ahnung, man soll sich halt von ihm fürchten. Er ist so viel stärker als jeder andere. Ich meine, Zelda hat kampflos aufgegeben, als sie ihm begegnet ist. Und ja, bitte? Ich wollte sagen, es wäre ja auch mal ganz spannend gewesen, wenn wir einen ganz neuen Zelda-Antagonist gehabt hätten, nur bekam Nintendo wohl dann letztendlich doch kalte Füße. Und hey, Ganondorf hat gerade nichts zu tun, ne? Ja, also in der Geschichte ist es ja so, dass er seine Kraft halt irgendwo her hat, ne? Und nicht von der Schattenwelt, sondern halt von Ganondorf die Kraft bekommen hat, um halt die Lichtwelt, also Hyrule zu erobern. Story ist noch nie eine Stärke von Zelda gewesen. Nichtsdestotrotz ist das okay gemacht, finde ich hier. Aber ja, ich fand's cool, wie er eben vorgestellt wurde. Ich wiederhole mich hier. Die Ausführung, wenn du gegen ihn kämpfst, dann kämpfst du halt einfach nur in den Locations der anderen Bosse, die du davor besiegt hast, mit denselben Waffen und sowas, wie du halt damals sie besiegt hast. auch wenn das vielleicht ganz nett war am Anfang, dachte ich, es fehlt was. Es ist ein bisschen schade, dass es so ist. Verstehst du, wie ich das meine? Ich verstehe, wie du das meinst, auch wenn ich den... Ich hab nur so ein ganz vages, verschwommenes, verkrisseltes Bild vor Augen. Ja, ich hab mir das nochmal angeguckt. Ich hab nicht mal so weit gespielt. Wenn du gegen ihn kämpfst, dann teleportiert er halt immer wieder in die Locations der anderen Bosse, die du schon vorher besiegt hast. Wo du besiegst ihn halt auf eine ähnliche Art und Weise mit den ähnlichen Waffen, die du halt davor schon bekommen hast. Und ja, fand ich ein bisschen faul. Nichtsdestotrotz, man denkt halt, okay, jetzt hab ich ihn besiegt, jetzt ist es vorbei. Und dann geht's noch weiter. Wir haben hier schon oft über langgezogene Spiele gesprochen, also, oder halt so langgezogene Elemente gesprochen. Twilight Princess ist definitiv zu kurz gekommen bei den ganzen Gesprächen. Okay, klar, wir meckern über Wind Waker, über die Triforce-Jagd oder über... Skyward Sword? Jetzt bin ich ein. Genau, Skyward Sword, über das Backtracking, was man dort hatte. Aber bei Twilight Princess heilige Scheiße. Der ganze Wolf-Aspekt ist eigentlich Backtracking. Wie du schon sagtest, man muss erst mal zum Wolf werden, dann die ganzen Lichtkäfer aufspüren, töten, damit man wieder zum Menschen wird, dann wieder in den selben Bereich gehen, die Mission abschließen, und das halt drei, vier Mal. Und, ach, Mann, wenn ich allein darüber nachdenke und darüber rede. Es ist schon... Ich langweile mich selbst, wenn ich darüber rede. Wollen wir dann vielleicht mal auf das Thema Items eingehen? Da habe ich wenigstens auch ein bisschen was im Kopf und dann kannst du deiner Stimme zwischendurch mal ein kleines Päuschen gönnen. Das ist sehr gerne. Die Items fand ich alle unbrauchbar. Die waren cool oder nützlich für den Dungeon und außerhalb des Dungeons vielleicht für ein, maximal zwei Plätze. Je nachdem, welches Item das ist. Aber dann war's das. Dabei war auch Potenzial vorhanden. Es fing aber schon irgendwo enttäuschend an mit der Schleuder. Weißt du noch, als die Schleuder in Ocarina of Time diverse Gegner ganz töten konnte? Ja. Aber kleinere Gegner, ne? Ja, dennoch. Und die hatte auch noch einen richtigen Wumms hinter sich. Die neue Schleuder, die hat kaum Reichweite und benutzt auch wirklich nur, um anfangs ein paar Schalter zu betätigen oder Gegner zu erschrecken. Sobald du dann den Pfeil hast oder irgendwelche anderen Gegenstände, ist das Item nicht mehr wirklich nützlich. Und das ist das Hauptproblem mit den ganzen Items in Triiler Princess. Du bekommst sie im Dungeon meistens und dort brauchst du sie natürlich, um dein Ziel zu erreichen. Danach, ja, vielleicht noch für ein paar optionale Herzteile in der Oberwelt. Danach, dabei mochte ich viele der Items vom Konzept her. Wie zum Beispiel der Morgengestellen, den ich gerade erwähnt habe. Ich fand es einfach, das war für mich pures Comedy Gold, dass links ich den locker in die Tasche stecken konnte. Oder der Enterhaken, wie der funktioniert hat. Das fand ich richtig schön. Nicht nur hattest du einen, sondern gleich zwei und du konntest dich damit an die Decke hängen und deine Höhe beeinflussen. Das ist ja schade, dass Breath of the Wild keine Verwendung mehr wirklich für einen Enterhaken hat. Den hätte ich gerne wiedergesehen. Auf jeden Fall. Enterhaken, gerade Doppel-Enterhaken, war halt, das war das Attack on Titan von damals, ne? Können wir uns mal genau überlegen. und es war ja auch cool. Ich habe das sehr gemocht. Hätte auch viele Menge Potenzial gehabt, aber vielleicht hätten wir dann eher ein Spider-Man-Spiel bekommen anstatt ein Zelda-Game. Was die Items angeht, Morgenstern ist lustig, ja, aber wann benutzt du ihn gegen einen Gegner? Weißt du? Schleuder, damit kannst du Gegner kurz aufschrecken lassen, damit die dich nicht sofort angreifen. Kleine Spinnen kannst du damit töten, aber wie du schon sagtest, das fühlt sich so unbefriedigend an. Es war einfach nur kurz plüpp und das war's. Bis auf Pfeil und Bogen kann man eigentlich getrost jedes Item links liegen lassen. Ich meine, was auch cool war, war im, wie heißt denn das Ding? Dieser Drehkreisel da, den du im Wüstentempel bekommst. Sagen wir einfach das Hoverboard. Sagen wir mal Hoverboard, ich hätte es jetzt Beyblade gesagt. Geht auch. Das ist cool. Vor allem dann, Menschen gegen den Boss und gerade wenn du halt vom Boss versuchst zu fliehen, das ist richtig gut in Szene gesetzt, macht auch richtig Spaß. Auf der Oberwelt gibt es glaube ich drei Passagen, wo du das Ding benutzen kannst und dann war's das. Es ist nicht mal schnell genug, sodass du es als Hoverboard benutzen könntest, wenn du mal Epona gerade nicht in der Nähe hast. Und das ist hier sehr oft der Fall, das darf man auch nicht vergessen. Epona kannst du nicht mal einfach x-beliebig rufen, weil du die Kette, mit der du Epona rufen kannst, erst zum Ende oder gegen Ende des Spiels bekommst, was unnütz ist. Davor kannst du sie nur mit ein paar bestimmten Grashalmen rufen, die du auf der Oberwelt findest, nicht wahr? Genau, die sind dann immer ein bisschen verteilt und an diesen Plätzen kannst du Epona auch rufen. Ich verstehe nicht, wieso. Soll sich dann die Oberwelt noch größer anfühlen oder was war Sinn und Zweck hinter dieser Entscheidung? Also gerade bei Twilight Princess wollte ich eigentlich immer Epona an meiner Seite haben, eben weil die Welt so groß und meist auch leer war. Das wäre vorteilhaft gewesen. Auf jeden Fall. Epona war auch schön gestaltet, fand ich, hier in dem Spiel. Und du konntest ihr sogar einen eigenen Namen geben, wenn du willst. Ja, stimmt. Das konntest du ja in Ocarina of Time nicht, ne? Ne. Und wir hatten ja auch Epona jetzt etwas länger nicht mehr. Eigentlich nur ein 3D-Game hatten wir sie nicht. Es hat sich aber lange angefühlt, tatsächlich. Und es war schön, sie dann wieder in einem Game zurückzuhaben, auch wenn das natürlich auf keinen Fall das gleiche Pferd sein kann. Ne. Fand ich aber auch ganz schön, weil das Pferd damals war halt ein Rennpferd und das Feldtier ist halt so ein Arbeitstier gewesen. Sah auch dementsprechend aus und fand ich ganz gut gemacht. Jetzt mal so eine ganz schnelle Off-Topic-Frage, weil das ist ja auch sowieso gang und gäbe, dass Link ist ja auch nie der gleiche Charakter, es ist halt immer eine Reinkarnation des Helden. Meinst du, dass auch Epona an sich immer eine Reinkarnation vom gleichen Pferd ist oder einfach immer ein anderes Pferd, was komplett zufällig Epona heißt? Ich würde eher sagen, dass es eine Reinkarnation ist, weil die Pferde ähneln sich ja immer. Es ist ja immer ein braunes Pferd mit gelber, weißer Mähne und naja, ich weiß nicht. Ich meine, Epona ist doch der Name einer Pferdegöttin oder sowas, von daher würde ich stark davon ausgehen, dass auch Epona immer eine Reinkarnation ist. Alles klar. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ja, Breaking News. Aber wenn wir schon beim Gestalten von Epona sind zum Beispiel, kommen wir mal ganz kurz noch mal zum eigentlichen Charakterdesign, weil ich komme darüber nicht hinweg. Ich habe ja gemeint, das ist halt so, das Spiel ist ja so der edgy, große Bruder von Ocarina of Time und edgy im wahrsten Sinne ist mir mal aufgefallen, wie kantig viele der Charaktere sind und ich meine jetzt nicht wegen der Grafik, sondern die haben wirkliche Kanten, die sind immer so eckig gehalten. Und das hat man sicher nicht für die Wii U-Version bearbeitet und jetzt sage ich gleich schon direkt, nein, ich habe nicht so darauf geachtet, weil ich an sich auch nicht der größte Fan von dem Charakterdesign dieses Zelda-Games bin. Da nehme ich, glaube ich, jeden anderen Titel in 3D lieber auch die alten vom N64. Ich finde, also mir selber gibt Twilight Princess in der Beziehung leider nichts. Ich finde, dass Twilight Princess irgendwo Potenzial hatte, aber ich habe halt das Gefühl, ich weiß nicht, was sie vorhatten, die Farben stimmen nicht, die Farben sind alle so blass. Es ist so dunkel gehalten, es ist so auf Zwang so düster gehalten und die Charaktere spiegeln das wieder. Die sind halt alle eckig irgendwie. Und ich frage mich, bei Wind Waker ist mir das nie aufgefallen. Bei Wind Waker waren die meisten Charaktere rund. Und ich finde das fast... Und bunt, ja. Und ich finde das fast halt so schön, die generelle Atmosphäre des Spiels zusammen, wenn man so darüber nachdenkt. Es ist einfach grau und traurig. Ja, grau und deprimiert. Aber ich habe schon wieder komplett was anderes reingeworfen. Eigentlich waren wir noch bei den Items. Und ich finde, wir sollten nicht nur meckern, ich fand die Eisenstiefel cool und deren neue neues Feature, will ich jetzt sagen. Nämlich, dass die magnetisch waren. Und du konntest an der Decke damit laufen, das war schon... Das war schon ziemlich cool, dass du zwar ein Item zurückbekommen hast, was du schon in Ocarina of Time hattest, aber das auch ganz neue Nutzen bekommen hat. Und das hat man ja auch bei dem Interhaken zum Beispiel gemacht, dass man den einfach eben verdoppelte. Ja, ich fand das irgendwie... Ich weiß auch nicht, es hat sich so schon gepasst, fand ich. Es ist ja kein Problem, wenn man halt Items und sowas wieder sieht. Nur halt, wenn die auch eine andere Daseinsberichtung haben, klingt das doch schöner. In Wind Waker hatten wir die Eisenstiefel ja auch und damals hat man die für windige Bereiche gebraucht, was ich irgendwie sehr enttäuschend fand. Naja, man wollte eben nicht, dass du vorzeitig das Hyrule unter Wasser entdeckst. Ja, aber wenn man überhaupt mal eine Unterwasserebene gehabt hätte, Link konnte ja... Er konnte zwar schwimmen, aber nicht tauchen, konnte nur eine begrenzte Anzahl schwimmen. Und ich weiß ja nicht, aber ich fand die Eisenstiefel in Wind Waker haben überhaupt keinen Sinn ergeben. Hier finde ich, hast du, wie gesagt, ganz schön gemacht bei den Goron. Du kannst die oder du musst sie sogar im Sumo-Kampf tragen. Ich fand die Sumo-Kämpfe auch irgendwo lustig, bin ich ganz ehrlich. das ist einer der wenigen Elemente, woran ich mich noch erinnere. Das war auch, wie Link dann da in diesem Sumo-Get-Up stand und diese, ja, weil schon diese Sumo-Pose eingenommen hat, auf den Boden stampfte, das, ich hab mich schon bekrümelt. Auf jeden Fall. Es war zwar immer ein bisschen befremdlich, aber dennoch lustig gemacht. Mit den Eisenstiefeln hast du halt nochmal so einen Bonus gehabt in einer bestimmten, ich glaub, es war gegen einen Endboss, da musstest du sie benutzen. Aber, wie gesagt, die Tatsache, dass man damit auf Decken laufen konnte und hier in diesem Spiel unter Wasser auch ordentlich damit laufen konnte, weil es ja einen riesen Unterwasser-Bereich auch gab, fand ich schön gemacht. Deswegen sollte man das positiv erwähnen, finde ich. Stimmt, es gab wirklich so ein paar nette Unterwasser-Areale, nicht so wie bei Ocarina of Time, wo du hauptsächlich den Wassertempel hattest und hier und da 2.14. bei den Zoras war das ja vor allen Dingen. Da fand ich das ganz schön. Das erste Mal, wenn man zu den Zoras kommt, war ja auch alles eingefroren, so wie in Ocarina of Time. Ich weiß, hört man jetzt hier ganz oft, aber die Vergleiche müssen gezogen werden und du meintest ja noch beim Ocarina of Time Talk, dass du es schade fandst, dass man die nicht retten konnte oder so. Hier kannst du es, hier kannst du die auftauen, musst du sogar. Oh, Moment. Ist das dann vielleicht, sind das die gleichen Zoras wie bei Ocarina of Time und die wurden erst jetzt aufgetaut? Fände ich eigentlich humorvoll. Wenn man in der Story lauscht, ich glaube nicht. Nee, das ist ja auch ein ganz anderer Ort. Eben. Aber ich fand es lustig, als ich das gesehen hatte, nochmal, du hattest ja darüber naja, dich ausgelassen, dass man den nicht retten konnte. Und hier kann man es wenigstens. Und lustig war es auch, dass der ganze Hylia-See zum Beispiel so eine kleine Pfütze war, wie Midna es beschrieben hat. Und du dir halt die Zoras retten musstest, damit da wieder Wasser nachfließt und damit der ganze See wieder gefüllt war. Die kleine Pfütze war aber auch nötig. Als du am Hylia-See ankommst und über die Brücke gehst, wird die ja in Brand gesetzt und du musst einen waghalsigen Sprung machen. Das weiß ich noch. Genau, das fand ich auch als Kind damals ziemlich cool. Auch wenn man da nicht wirklich viel Panik hatte, finde ich, weil man da schnell den Weg gefunden hat. Aber dennoch fand ich eine coole Idee. Das war das zweite Mal, dass sie die Brücke angezündet haben. Ich finde es gut, dass sie noch hält. Aber ja, die Pfütze war erforderlich. Aber ich wollte sie nur reingeworfen haben, weil ich das schön fand mit den Zoras, dass man die hier auftauchen kann. sag mal, ich würde auch gerne noch mal doch was Positives am Spiel anmerken. Was ich mag, wie man die Steuerung von Link umgesetzt hat. Du hast ja auch zu Ocarina of Time gesagt, das ist alles noch so ein bisschen klanky gewesen und steckt in den Kinderschuhen. Hier hat man da noch mal sehr viele Verfeinerungen vorgenommen. Auch, dass Link sein Schwert schwingen kann, während er läuft. Das klingt wie so ein total banales Detail, aber das war so schön, einfach mal um da den ganzen Rasen zu mähen und versteckte Ruine zu finden. Aber auch so an sich, wie Link sich bei der Bewegung anfühlt und wie vielseitig er mit seinen Items einsetzbar ist, das fühlt sich schon durchaus rund an und verglichen mit Ocarina of Time ja doch ein gutes Stück besser. Ich hätte absolut nichts dagegen, wenn man Ocarina of Time noch mal mit dieser Steuerung neu umsetzen würde. Ja, unterschreibe ich so. Das erste, was ich dann wieder gemerkt habe, als ich es nach langer Zeit gespielt habe, wie schön es sich anfühlt. Die Schläge sitzen, du bekommst ein schönes Feedback zurück, wenn du zuschlägst. Link ist agil, ich meine nicht so agil wie in, wobei, Brustos Walzer auch gar nicht mal so agil. Also hier ist ja ziemlich agil, finde ich. Was ich cool fand, war auch, dass du verschiedene Schwerttechniken lernen konntest. Du musstest die halt nach und nach finden und ich fand, das hat den ganzen noch mal ein bisschen mehr dazu gegeben, dass halt Link eigentlich ein Bauernjunge jetzt halt kämpfen muss und er lernt das dann halt auch durch dieses eine Skelettvieh fand ich super gemacht und die ganzen Schwerttechniken, die man gelernt hat, waren ja auch hilfreich. Moment, das Skelettvieh. Hast du den wirklich das Skelettvieh genannt? Das war ein alter Krieger, war ein Skelett. Weißt du überhaupt, wer das ist? Ein Link von damals? Ja, das ist Link von damals. Ja. Link hilft sich selbst auf die Frage. Er erinnert nichts daran, dass er jetzt ein Skelettvieh ist. Ein bisschen mehr Respekt vor dem Helden der Zeit, bitte. Ein bisschen mehr Respekt, bitte vor Ocarina of Time, dem immer noch besten Zelda überhaupt. Okay. Okay. Gut. Nein, ich fand das einfach nur cool. Ich kannte den Namen nicht und ich hatte jetzt auf Anhieb nicht den Gedanken, dass das halt der Held der Zeit war. Aber ich fand es cool, dass er auf jeden Fall seinen Nachfahren eben unterwiesen hat in Schwerttechniken. Was ja bei Wind Waker eingeführt wurde, dass man neue Schwerttechniken erlernen konnte, wurde hier nochmal verfeinert, glaube ich. Hier gab es jetzt deutlich mehr. Moment, man konnte bei Wind Waker schon neue Schwerttechniken lernen? Ich meine, das ging nicht unbedingt dort. Du konntest zwar ein Tutorial da spielen, aber keine neuen Techniken lernen. Konntest du nicht zwei neue Techniken lernen? Einmal, dass du hinter einem Gegner mit der richtigen A-Taste dann hin dashen konntest, nenne ich es einfach mal. Nein, das geht theoretisch schon von Anfang an. Ach so, okay, dann, ich habe es lange nicht mehr gespielt, kommt dazu. Das erste Zelda-Spiel, wo du, meine ich, neue Schwerttechniken lernen konntest, war Minish Cap. Minish Cap? Minish Cap, und das fand ich sowieso unglaublich interessant. Gerade bei 2D-Zelda denkt man ja eher, okay, Schwertkampf ist immer gleich, fühlt sich immer gleich an. Dass dieses Spiel aber dennoch geschafft hat, verschiedene Schwerttechniken einzubauen, die auch tatsächlich ganz guten Nutzen haben. Fand ich beeindruckend. Eventuell muss ich Minish Cap mal wieder spielen, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Es gibt immer einen Grund, Minish Cap zu spielen. Wie wär's, wenn wir eine Minish Cap-Unterhaltung führen? Da wäre ich voll für. Dann würdest du aber wieder einen Monolog führen. Okay, dann spielst du es noch mal durch. Das ist auch gar nicht mal so lang, das Spiel. Es sind nur 5 Dungeons und dann führen wir da eine angenehme Diskussion darüber. Machen wir uns ein Tee vorher, holen uns was zu knabbern und dann wird das ein sehr gemütlicher Abend. Ja, sorry, aber Minish Cap macht man nicht mal eben schnell, schnell. Da genießt man die Atmosphäre. Ich meine, auch wenn es lange her ist, ich weiß, dass ich da ziemlich versunken bin und Spaß drin hatte. Ich habe sogar die ganzen Fragmente der Freundschaft Dinger gesucht. Deswegen, ich kann das nicht einfach mal so schnell, schnell zocken. Alles klar, akzeptiere ich. Was gibt es noch zu erwähnen? Ich glaube, man merkt, dass ich hier eher so eine Liste abklappe, weil das Spiel, ich bin ganz ehrlich, ich meine, ich versuche viele positive Aspekte zu erwähnen. Es ist mir aber, so wie bei dir, auch kaum in Erinnerung geblieben. Ich meine, ich musste es ja noch mal zocken. Und hätte ich das nicht gemacht, dann wären wir hier beide am Stillschweigen gewesen. Deswegen, was ich hinzufügen wollte, ah, genau. Äh, ich überlege gerade, ob es andere Spiele dieser Art auch gab, also andere Zelda-Spiele. Ich finde, Twilight Princess hat die meiste Abwechslung. Abwechslung im Sinne von, von was genau? Äh, Gameplay-technisch. Denn, guck mal, okay, du hast Gameplay-Elemente, du bist als Wolf unterwegs und als normaler Link, ne, das sowieso. Du hast Gameplay-technisch eine Abwechslung, wenn du auf dem Pferd bist. Aber, hier gibt es immer mal wieder Minispiele und ich meine jetzt nicht diese, hier angeln oder bezahlen Minispiele, sondern, es gibt zum Beispiel die Escort-Mission. Kannst du dich an die noch erinnern, wo du den Wagen davor schützen musst, dass er nicht zu sehr in Brand gerät? Doch, daran erinnere ich mich noch. Ich meine, so nervig die Mission damals auch war, das gebe ich dir auch offen und ehrlich zu. Dennoch, rein technisch ist das halt mal was anderes gewesen. Ich glaube, so etwas in dieser Art hatten wir danach nicht mehr. Oder, wenn du zu den Zoras möchtest, du kannst ja nicht einfach den Wasserfall da hochkriechen, weil er kein Wasserfall ist, sondern du musstest, wie war das, irgend so ein Flugvieh besiegen und zähmen, mit dem du dann dahin geflogen bist und du wurdest dann auf dem Weg da attackiert von den Monstern. Stimmt, die Szene habe ich vor kurzem erst gespielt, also ich habe es da doch nochmal ein Stimmchen eingeworfen und da war ich genau an dieser Stelle angekommen. Und das fand ich halt ganz cool gemacht. Es hat eine Abwechslung geboten, weißt du? Man kann natürlich hier argumentieren, ja, es hat aber keinen Spaß gemacht, darum geht es ja nicht. Eigentlich doch, eigentlich doch. Was so heißt, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, also ich meine einfach nur halt, was die Abwechslung angeht. Klar, es muss Spaß machen, weil man viele Sachen in dem Spiel hat, die einfach keinen Spaß machen, das stimmt. Nur, ich finde aber dennoch halt, dass die zumindest in dem Game versucht haben, mal ein bisschen was anderes reinzubringen. Verstehst du? Nicht nur halt das übliche, hier hast du halt das vorgegebene Equipment oder die vorgegebene, das vorgegebene Gameplay und darum herum machst du jetzt ein ganzes Spiel, sondern hier hast du mal so kleinere Elemente, sei es jetzt Escort-Mission, sei es jetzt Schweben oder zu den Zoras hinfliegen. Da war noch was, was mir wieder nicht einfällt. Irgendwas war da noch, keine Ahnung. Hervorragend. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Sachen, die ich einfach halt gut fand. Es ist nichts weltbewegendes, es ist Verhältnis mit anderen Spielen nichts Besonderes, aber dennoch gut gewesen, finde ich. Aber du meintest ja selber, dass wenn man Twilight Princess jetzt nochmal für Switch rausringen würde, dass du gar nicht mal so angetan wärst, es nochmal zu spielen. Äh, nee, weil ganz im Ernst, der Verkaufsgrund ist halt Bittner. So die Geschichte um sie herum, ihren Charakter so mitzuerleben, die Charakterentwicklung, die sie macht, mitzuerleben. Ähm, es ist Nintendo Charakterentwicklung in Anführungszeichen. Nichtsdestotrotz halt nur dafür dann aber das Spiel zu spielen, schwierig. Also in dem Aspekt dann denke ich, wenn ich nochmal Twilight Princess auf irgendeine Art erleben werde, dann lese ich eher den Manga. Entweder den Manga lesen oder sich die ganzen Cutscenes angucken, das hat mir auch ein bisschen was zu tun. Ich weiß nicht, ob das wirklich den gleichen Effekt erzielt, das ist ja auch so, als würdest du das neue Hyrule Warriors Zeit der Verheerung spielen oder eben nur die Cutscenes gucken und es nicht spielen. Es geht schon doch ein gutes Stück verloren von dem, was das Spiel eigentlich ausmachen würde, wenn du halt nur stumpf die ganzen Zwischenzehen abklapperst. Ja, ich gebe dir da recht ein bisschen. Kommt aber darauf an, wie das Gameplay denn gestrickt ist, ob man da jetzt wirklich viel Gutes verpasst oder naja, ich weiß, worauf du anspielst, nichtsdestotrotz. Kommt halt mal drauf an. Und Twilight Princess hat ja gar nicht so viel, was man als traditionelle Cutscenen bezeichnen würde. Das ist ja verhältnismäßig eher wenig. Natürlich hast du noch die ganzen normalen Textdialoge, dass du Charaktere einfach so ansprechen kannst. Kein Voice Acting. War halt alles noch sehr traditionell für Zelda gehalten und so sollte es dann auch noch im nächsten Teil Skyward Sword bleiben, bis wir dann Breath of the Wild bekommen haben. Es fällt mir heute einfach schwer, zu Twilight Princess zurückzugehen. Für mich hat das Spiel nichts, was es für mich besonders genug machen würde, dass ich es gegenüber anderen Zelda-Games bevorzugen würde. Ich denke dann, wenn ich etwas in der Art spielen möchte, dann spiele ich Ocarina of Time. Es ist nicht ganz so refined, nicht ganz so ausgebügelt, doch auch nicht so langgezogen und insgesamt für mich zumindest eine angenehmere Zeit, dass ich es gerne mal wieder zwischendurch einlege und sagen wir mal, alle ein, zwei Jahre nochmal von vorne spiele. Ocarina of Time ist auch kürzer. Ocarina of Time hat diesen ganzen Bullshit, den man noch machen muss, nebenher. Ich hatte das ja vorhin angemerkt, dass halt das Spiel halt in die Länge gezogen wurde und auch wenn man das bei Skyward Sword halt sagt und auch offensichtlich sieht, ist das hier auch der Fall, finde ich. Und ich frage mich, warum? Nur ganz kurz, damit wir auf demselben Stand sind. Bis ich in die Wolkenstadt kam, musste ich circa fünfmal nach Kakariko, hin und zurück, hin und zurück. Ich habe hier aufgeschrieben, was ich alles machen musste. Ich werde das jetzt nicht alles abklappern. Die Sache ist nur, man muss halt immer wieder hin, zurück, hin, zurück und dann muss man wie bei der Triforce-Jagd auch Statuen suchen auf der ganzen Welt. Zum Glück werden die markiert. Ich weiß nicht, ob das damals im Original auch so war. Ich meine, es gibt ja ein paar Änderungen in der Wii U-Version, zum Glück. Aber man muss halt die Karte abklappern, diese Eulen finden, man muss Sachen hin und her bringen, man muss ständig Item zum einen bringen, zum anderen wieder zurück, zum anderen dann hin und immer hin und der, hin und der, bis man dann endlich halt weiterkommt, das hätte man alles einfach wegstreichen können. Das war überhaupt nicht notwendig. Ich war erst ein klein bisschen verwirrt, weil du Wolkenstadt gesagt hast und ich dachte an den Wolkenhort, aber nee, da gab es ja an Twilight Princess auch diese Stadt von, wie hieß die Spezies? Wo schon auch die... Die Tante. Hießen die alle die Tante? Oder war die Tante oder war die Tante? Sondern die heißt die Tante. Der Charakter heißt die Tante und das war ein Kolumbianer? Okay. Ich weiß nur, das Ding hat dir Teleportationen aus dem Dungeon und in den Dungeon erlaubt. War das nicht so? Genau. Aber halt die Spezies ist irgendwas mit Kolumbianer oder sowas. Und ja, die Wolkenstadt, da wollte ich eigentlich hin, deswegen musste ich ja diese ganze Bullshit-Quest machen. von drumherum. Das Problem ist halt, das können wir auch darüber sprechen, wir haben sehr viele negative Sachen und es tut mir auch leid, aber ey, die Musik. Ich meine, wenn es nicht gerade ein Musikstück aus O'Connor auf Time ist, ist es halt etwas, das dir nicht in Erinnerung bleibt oder grauenhaft ist und dir so in Erinnerung bleibt, wie auch die Musik von der Wolkenstadt. Weißt du, die dürfte mir nicht im Kopf bleiben. Warum weiß ich, wie die klingt? Das ist einer der furchtbarsten Tracks aus der ganzen Zelda-Serie. Genau wie wenn du gegen Schattengestalten kämpfst. Ich weiß, es soll sicher befremdlich wirken und eine gewisse Unsicherheit in dem Spieler auslösen. Das funktioniert aber auch nur beim ersten Mal. Danach wird es einfach unglaublich nervig und eintönig und es hilft ja sowieso nicht, dass Twilight Princess nur Midi-Songs benutzt und sowieso ein ganzes Stück Atmosphäre dadurch verloren geht. Soundtrack-mäßig steht das für mich sehr weit hinten an. Auf jeden Fall. Wenn du gegen diese ganzen Schattenfiecher kämpfst, es klingt so ein bisschen so, als würde jemand einen Ballon zerquetschen die ganze Zeit. Und ja, die Musik ist halt, wie gesagt, entweder ist es Ocarina of Time oder es ist was Eigenes und nicht relevant. Deswegen war ich ja umso begeisterter davon, als dann Skyward Spot kam mit wunderschöner Musik, die mir in Erinnerung bleibt und die ich gerne immer noch höre. Ja, das ist eigentlich ein Main-Theme, was eigentlich nur das Hyrule-Theme rückwärts ist. Musst du dir mal überlegen, das hat einfach nur einen bestehenden Track rückwärts gespielt und daraus einen der besten Songs der ganzen Serie gemacht. Eben. Aber auch das Theme von Fight, das ist ja auch so schön, die Variation, die es davon gibt. Oder wenn Zelda und Link auf den Wolkenvögeln fliegen und die Musik, die dabei spielt. Wir können gerne nochmal über Skyward Sword reden. Ja, ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Aber weißt du, obwohl Skyward Sword auch so viel langgezogenes hat und in vielen Aspekten objektiv deutlich schwächer ist, ich würde mich eher nochmal dazu aufraffen, das zu spielen anstatt Twilight Princess. Auch wenn Skyward Sword viele nervige Stellen hat, es löst trotzdem so ein gewisses Wohlgefühl in mir aus. Man fühlt sich halt wohl in dieser Welt und man ist gerne da unterwegs. Ja, einfach weil die Welt auch einen einlädt. Weißt du? Die Charaktere sind freundlich gestaltet. Ich habe hier nebenbei zum Beispiel Dings laufen, Twilight Princess Footage und ich sehe gerade, wie der Typ halt beim Bombenladen Besitzer ist und da kann schon das Charaktere sein. Ich meine, ja okay, er soll heruntergekommen aussehen wahrscheinlich. Es ist auch wie so ein Redneck, dem das Shirt nicht passt, seinen Bauch rausguckt, der hat einen krummen Rücken und was weiß ich was. So, warum? Warum? Warum musste das unbedingt sein? Ich würde auch lieber Skyward Sword wieder spielen als Twilight Princess. Deswegen tue ich mich auch schwer, damit eben, wenn das dann wieder als Verkaufsargument für die Switch jetzt kommen sollte. Twilight Princess wollte einfach nur Ocarina of Time sein, nur düsterer, um die ganzen Schreihälse zu befriedigen. Düsterer, größer, pompöser, mit einfach mehr, aber dieses mehr ist nicht unbedingt mehr. Es soll nur so wirken, als wäre es mehr und ist dann eher gestreckt. Eben. Ich meine, was Ocarina of Time für mich auch ein bisschen ausgemacht hat, da bin ich aber wahrscheinlich alleinstehend, die ganzen Rüstungen. Ich fand die in Ocarina of Time ziemlich cool, auch wenn ich mich kaum noch daran erinnern kann, was für Auswirkungen vor allem die blaue Rüstung hatte. Du konntest unter Wasser atmen. Unter sich war ja einfach jedes nur ein Farbwechsel. Es kam eher auf die Effekte an. Das muss man ja schon über Twilight Princess sagen. Die Rüstungen haben alle ein ganz eigenes Design bekommen und haben natürlich auch eigene Vorteile, aber du wolltest es da glaube ich jetzt ein bisschen ausschreifender werden, weil ich das auch gar nicht bei so genau im Kopf habe. Ich wollte einfach nur sagen halt, wie gesagt, auch hier wieder, Twilight Princess möchte gerne ein bisschen mehr, ein bisschen besser, schafft sie teilweise. Ich glaube, wir können beide sagen, dass die Rüstungen deutlich schicker sind, aber es ist eine andere Konsolengeneration. Deutlich detailreicher, deutlich besser sehen die auch aus. Die Zora-Rüstung ist cool. Du kannst nicht nur damit schwimmen wie bei Majuas Mask, wenn du die Zora-Mask draufhattest. Du kannst hier ordentlich schwimmen, ordentlich tauchen mit der Rüstung, unter Wasser atmen. Das Problem ist, ich habe halt während des ganzen Spiels gewartet, so, oh geil, was ist denn die dritte Rüstung, die ich bekomme? Wie cool muss die sein? Und ich dachte mir, okay, ich bin jetzt hier endlich beim Schloss Hyrule und ich habe immer auch keine andere Rüstung. Jetzt bekomme ich bestimmt eine legendäre coole Rüstung. Nö. Die Rüstung, die du bekommen kannst... Warte kurz, warte kurz. Ja? Ich möchte kurz noch mal darauf raten, weil ich glaube, ich habe diese Rüstung nie selber bekommen, aber viel ist darüber gehört. Musstest du dafür auch nicht eine unglaublich langwierige Side-Quest machen, dann bekommst du diese Rüstung, von der heißt, dass sie dich unverwundbar macht, aber die zieht permanent deine Rubine ab. Und sobald du keine Rubine mehr hast, läufst du rum, als hättest du vier Eisenstiefel an. Genau. Das ist irgendwie die Unbesiegbarkeitsrüstung oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau, bei welcher Nebenmission du bekommst. Ich meine, es gab, glaube ich, jemanden, der so Geldbesessen war, dass er sich eingefroren hat, vergoldet hat, glaube ich, irgendwie sowas. War auch ein bisschen creepy, aber auch irgendwie cool, die Nebenmission, fand ich. Du musstest da ja, ich glaube, Geister oder sowas für ihn auf der ganzen Welt finden und platt machen, damit du was von ihm bekommst, aber ich weiß nicht mehr, ob das jetzt die Rüstung war oder ob du die Rüstung in diesem total nervigen Enterhaken-Mini-Spiel bekommst, wo du Geld sammeln musst oder von Agnea, wenn du die ganzen Krabbelviecher bringst. Du meinst Agneter? Agneter, genau. Kann sein, dass man es da bekommen hat, tatsächlich, weil ich weiß, dass ich die Rüstung bekommen habe in meinem Spiel, also nicht bei der Wii U-Version, sondern halt damals und wenn ich es bekommen habe, dann kann es nicht allzu schwierig gewesen sein, dann war es wahrscheinlich das mit den Käfern. Das Problem ist halt, die Rüstung ist nur optional. Der Effekt ist, wie du schon sagtest, dass du keinen Schaden nimmst, wenn du Geld bei dir hast. Du kannst in dem Spiel bis zu 5000 Rubine mit dir mitführen, also hast du was davon eigentlich. Die Rüstung sieht voll scheiße aus. Und außerdem zählt doch Twilight Princess auch zu einem der einfachsten Zelda-Games. Wenn Garnendorf im finalen Endkampf dich mit seinem Breitschwert niederstreckt, verlierst du ein Viertelherz. Deswegen habe ich das Spiel bei der Wii U-Version sofort im Held-Modus angefangen. Und Amiibo draufgepappt auch noch? Für noch mehr Schwierigkeiten gerade? Ich glaube schon. Ich hatte ja den Wolfling Amiibo. Ich habe nicht mehr in Erinnerung, was der gemacht hat, aber irgendwas hat der gemacht. Er hat einen Dungeon freigeschaltet oder beziehungsweise ein neues Areal, wo du gegen mehrere Gegner kämpfen kannst. Ach, stimmt, in der Wüste das. Genau, und den höheren Schwierigkeitsgrad, den hast du, meine ich, mit dem Garnendorf Amiibo aus Smash freigeschaltet. Ah, okay, dann habe ich das wahrscheinlich damals bei dir freigeschaltet oder so. Oder du hast mir geliehen. Nein, du hast den Garnendorf Amiibo. Du hast nicht viele, aber den hast du. Stimmt, ist hinter mir im Regal. Habe ich voll vergessen. Ja gut, also, ich habe es halt im Heldenmodus dann gespielt. Und Enttäuschung war halt damals und ist heute immer noch groß. Die Rüstung sieht kacke aus. Du hast halt so eine riesenrunde Rüstung an. Die Golden leuchtet, wenn du Kohle hast. Wenn nicht, dann verstummt die Farbe oder vergraut die Farbe. Und wie du schon sagtest, du bewegst dich, als hättest du den Morgenstern ausgerüstet, weißt du? Ich fand es einfach nur unangenehm und schade, weil ich mich halt auf andere Sachen gefreut hatte in dem Game. Also auf eine andere Rüstung vor allen Dingen. Und halt bis zum Ende habe ich gehofft, dass ich eine coole Rüstung bekomme und naja. War halt nicht so. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Skyward Sword hatte gar keine anderen Rüstungen mehr, oder? Nee, leider nicht. Du konntest zwar die ganzen Items verbessern, aber leider nicht deine Rüstung, was ich auch schade fand. Ja gut, danach hatten wir ja Breath of the Wild und dann hattest du sowieso mehr Variationen und Möglichkeiten denn je. Da muss man doch mal nachdenken, denn nach Skyward Sword haben wir nur noch Breath of the Wild bekommen. Im Konsolenbereich, ja. Oder wie viel Zeit da vergangen ist, ey. Aber überleg mal, was wir da noch für andere Games bekommen haben. Wir hatten die Games für den DS, Spirit Tracks und Phantom Hourglass. Wir haben das für 3DS bekommen, A Link Between Worlds. Das fand ich war eigentlich mit einer der besten Titel, die danach noch rausgekommen sind. Wir hatten Skyward Sword. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich nichts vergesse. Wir hatten natürlich die ganzen Remakes, also auf dem 3DS, Ocarina of Time, Majora's Mask und natürlich Windbreaker HD plus Twilight Princess HD und natürlich, wie könnte man es jemals vergessen, Trial for Zeroes. Ach ja, da war ja noch was. Cheerleader Link. Zelda Crossplay Link. Oh Gott. Das Spiel ist nur dafür gemacht worden, damit Spiel-Fan-Arts entstehen, seien wir ehrlich. Ich habe eher das Gefühl, dass das Spiel nur dafür gemacht wurde, damit die dann irgendwas hatte, was die verkaufen können oder raushauen können. Weil man noch diese ganzen Assets und die Engine von A Link Between Worlds hatte und man noch irgendwie, naja, Verwendung dafür finden wollte. Ja, und das machen die ja gerne. Ich kann es teilweise verstehen, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass die alte Assets dann einfach wiederverwenden oder die Engine zumindest wiederverwenden. Ich meine, wir bekommen ja jetzt auch BOTW 2 und mal gucken, wie das dann aussieht. Aber ansonsten, ich frage mich, ob die Hauptgruppe dann wirklich die ganzen Jahre lang an Breath of the Wild gearbeitet haben. Hm, wäre eigentlich auch eine Diskussion für ein Breath of the Wild, Video, meinst du nicht auch? Ja, da wird wohl noch eins folgen. Ich weiß auch gar nicht, möchtest du eigentlich noch groß was zu Twilight Princess sagen oder hättest du deine meisten Argumente präsentiert? Ähm, ich würde dir zustimmen, dass etwas verloren geht, wenn man sich nur die Cutscenes anguckt, denn ich finde, die Bosse sind hier wirklich sehr gut in dem Spiel gemacht. Nachdem ich die ganzen Bosse wieder angesehen habe und gespielt habe, ist mir wieder klar geworden, was ich bei Bloss of the Wild so sehr vermisst habe. Ich meine, zu den ganzen Dungeons, die auch in dem Spiel fand ich ganz gut gehalten wurden. Ich fand jetzt keinen wirklich sehr nervig, Wassertempel natürlich wieder ein bisschen nervig gewesen, aber ansonsten alles so im Rahmen gehalten, wenn nicht die katastrophale Musik wäre. Aber die Bosskämpfe, die fand ich sehr cool, die fand ich sehr abwechslungsreich. Ich fand das Design der ganzen Bossgegner sehr schön gemacht und alles in allem fand ich halt, das hat das aus dem Wald gefehlt und das hat das Spiel wirklich sehr gut gemacht. Also okay, für Midna, für die Bosskämpfe und für den ganzen Kampfkram, also was mit Kämpfen zu tun hat, dafür kann man es doch mal spielen. Ich weiß nur nicht, ob es halt 60 Euro wert ist. Wenn man es doch mal für 60 Euro rausbringen würde. War das dann eigentlich später ein Nintendo Select-Titel auf der Wii U oder kostet das normalerweise auch immer noch 50 Euro? Das kostet so viel, ich weiß immer noch 50 Euro. Gab es da normale Versionen oder hat man das nur mit dem Amiibo zusammenbekommen? Nee, das war ja eine Limited Edition so gesehen. Okay. Also, ich weiß nicht, ob es ein Select-Titel gewesen ist. Wobei, Wind Waker kam als Select-Titel raus, nicht wahr? Wind Waker, ja, ich weiß nur nicht, wie Nintendo das dann später noch mit der Wii U gehandhabt hat. Ob man sich noch dachte, ja, machen Select-Titel so spät in der Konsolenlaufzeit überhaupt noch Sinn? Die Wii U war leider auch nicht so anhaltlich erfolgreich. Vielleicht hat man sich das auch gespart. Hab leider auch mein Gamepad jetzt nicht in der Nähe, sonst wäre ich einfach mal ganz fix in den E-Shop gegangen und hätte mal nachgeschaut. Ja, aber ich glaube, müssen wir gar nicht machen. Ich habe das Gefühl, dass Nintendo gerade zu Wii U-Zeiten sich gedacht haben, was wir mitnehmen können. Ich will es jetzt einfach nur geraten. Wobei, ich habe eigentlich den PC vor mir. ich könnte ja mal schnell nachgucken, wenn du die Zeit überbrücken könntest. Dann kann ich mal gucken, ob Twilight Princess Select-Titel ist oder nicht. Ja gut, sollen wir dann aber auch langsam zum Ende der Diskussion kommen, weil dann würde ich jetzt auch ein bisschen hier was reinwerfen und du hättest genug Zeit, das mal eben nachzuschauen. können wir sehr gerne machen. ich hätte jetzt auch nicht mehr wirklich was, das ich hier noch zufügen möchte oder zufügen könnte tatsächlich. Ich bin ausgebrannt, was das alles angeht. Ich konnte mich sowieso heute nicht allzu groß beteiligen. Wie gesagt, ich habe es nur auf der Wii damals einmal durchgespielt, auf der Wii U halt ein bisschen, so um die sieben Stunden. Es ist leider nicht sehr viel hängen geblieben und wir waren jetzt die ganze Zeit doch sehr kritisch. halt nicht nur ich, auch Lloyd, der es noch allgemein ein bisschen besser in Erinnerung hat und ich könnte mir vorstellen, dass es so das kontroverse Video ist, das wir diesen Monat rausgehauen haben, denn Twilight Princess hat natürlich sehr viele Fans und gerade deswegen wäre es für uns ganz interessant, dass ihr auch mal eure Meinung dazu preisgebt, denn ihr werdet sicher nicht nur einmal gedacht haben während dieses Videos, ey, was die beiden da erzählen, ist doch voller Bullshit. Deswegen, wir würden gerne wissen, wie ihr über das Spiel denkt, was ihr als besonders positiv hervorheben würdet und dann sieht man das vielleicht auch mal von einem ganz anderen Licht und wäre um einiges interessanter so für uns und hoffentlich auch für euch als Zuschauer. Ja, also natürlich wäre es jetzt hier auch wieder wichtig, aus welcher Sicht man das Ganze betrachtet. Hat man das Spiel lange nicht mehr gespielt und denkt sich, okay, damals war das aber alles sehr cool gehalten, deswegen habe ich da jetzt ein anderes Gefühl hinzu oder hat man das mal wirklich vor kurzem erst wieder gespielt? Wie gesagt, wenn man Breath of the Wild gezockt hat, dann ist es wirklich, finde ich, sehr schwer, da wieder zurückzukommen oder zurückzugehen. Ich glaube, das Beste, was man da nochmal zocken könnte, wäre A Link Between Worlds, weil das ja auch wieder diese Freiheit quasi eingeführt hat. Ansonsten Ocarina of Time und Majora's Mask kann man meiner Meinung nach auch immer noch zocken, aber Twilight Princess finde ich ehrlich gesagt nicht. Man muss offen dafür sein, wenn man kein Problem mit dem langen Strecken hat, wenn man allgemein ein längeres Game als besser empfindet, ist das sicher eher was für einen. Für uns war es eben nicht unser Wunsch Zelda. Es hat einiges richtig gemacht und auch gute Ideen in die Serie gebracht, doch es hat da für uns persönlich nicht so ganz gereicht, dass wir es gerne mal alle per Jahre wieder einlegen und nochmal ganz von vorne erleben. Ja, ich hab wirklich Bock gehabt, das Spiel da mal zu zocken, aber ich hab's ja dann doch wieder links liegen lassen. Zwar erst nach 30 Stunden, aber dennoch, irgendwann verliert es einen doch leider. Ich hab auch gerade eben nachgeguckt, Wind Waker gibt es als Select-Titel, aber Twilight Princess nicht und das Spiel ist mittlerweile auch ein bisschen was wert für die Wii U. Oh, naja, zumindest so lange, bis es für die Switch rauskommt. Du weißt, wie das läuft. Wir kennen den Videospielmarkt. Es wird bald auf die Switch rauskommen, gerade zum Geburtstag. Da geh ich ehrlich gesagt stark von aus. Die beiden Spiele sind bereit, auch wenn ich finde, dass bei Twilight Princess definitiv noch ein bisschen was getan werden muss. Vor allem, was die ganzen Extraboxen angeht, das kann ich ja ganz kurz erwähnen. Wir wollten die Wii U-Version nicht speziell hervorheben, aber die Wii U-Version, ich meine auch, wenn die Framerate trotzdem eingebrochen ist, obwohl es eine stärkere Konsole ist als die Gamecube damals, die hat ja auch noch neue Kisten bekommen in Dungeons und alles Mögliche. Das Problem bei der ganzen Sache ist, da waren ständig Stempel für das Mi-Vers drin. Und, ja. Aber Mi-Vers war doch eine so spannende Angelegenheit. Ich habe dort sehr viele interessante Bekanntschaften gemacht und sehr viel über hübsch gemachtes Wasser in Games gelernt. Ich fand persönlich das Mi-Vers jetzt auch nicht wirklich schlecht oder so. Ich meine, natürlich, wenn du irgendwas eröffnest, wo viele Leute sich treffen, dann hast du immer ein paar Idioten dabei. Nichtsdestotrotz fand ich das wirklich nicht schlecht gemacht. Nur, ich habe mich halt dabei erwischt, wie ich halt die Dungeons dann abgeforst habe nach den ganzen Kisten, weil ich dachte, okay, da ist jetzt vielleicht irgendwas Wichtiges drin. Ja, dann war es halt nur so ein Mi-Vers-Stempel. Der jetzt eben nicht mehr relevant ist. Eben. Ich meine, du kannst ja nicht mal so Sachen da zeichnen oder sonst irgendwas machen. Weißt du, wie das kommende Mario 3D World Remake oder Neuauflage, wie die das gemacht haben? Weil die hatten ja auch ursprünglich Stempel und die waren fürs Mi-Vers. Jetzt gibt es ja auch Mi-Vers nicht mehr. Die Stempel sind trotzdem immer noch in der Switch-Version, doch du kannst sie jetzt für den Foto-Modus benutzen, dass du zum Beispiel diese Motive da an die Wände pappen kannst und dann machst du halt ein Foto. Immerhin etwas. So musste man halt nicht neu irgendwas investieren. Ist okay. Ich nehme an, sowas ähnliches wird man dann auch bei Twilight Princess machen, wenn man das so rüberportet. Ansonsten, ja, es ist schade, so die alten Ruinen von Mi-Vers zu sehen quasi. Und gerade, wenn du dann Spiele hast, die dann immer wieder darauf aufgebaut haben, die dich darauf aufmerksam gemacht haben. Es ist schade. Ist es. Es war, wie viele sagten, der schönste Fehler, den Nintendo je begangen hat, das Mi-Vers zu kreieren. Ja, verstehe ich. Aber ansonsten kann ich wirklich nichts mehr zu Twilight Princess dazu sagen. Ich denke, wir können noch eine Frage jetzt hier in den Raum werfen, die klärt, ob Twilight Princess ein wirklich gutes Spiel ist oder nicht. Hm? Hat es Tingle. Es hat kein Tingle. Schluss. I'm done. I'm done. Kann ich verstehen. Ist auch sehr enttäuschend. Aber nicht so enttäuschend wie das nächste Spiel, was wir besprechen werden. Ähm... Ich mach nur Spaß. Das nächste Spiel wird wahrscheinlich besser werden. Oh, und ich dachte, wir reden nächstes Mal über Majora's Mask. Uuuuh. Uuuuh. Nee, lieber nicht. Ich glaub, da bin ich komplett raus und du auch. Also, wenn man morgen irgendwo meine Leiche im Fluss finden sollte, dann weißt du, warum. Hast du wieder deine Meinung im Internet verbreitet? Ja, ich weiß. Ich kann mich da einfach nicht beherrschen. Das sollst du doch nicht. Du sollst kaum vorgehen, weißt du doch. Okay. Ich hoffe, wenn wir dann über Breath of the Wild reden, dass ich mehr allen anderen nach der Stute reden kann. Ja, mal gucken. Ansonsten mach es einfach nicht online. Es könnte für dich, glaub ich, aber eher schwierig werden. Ach, wir werden sehen. Ich bin offen dafür. Ansonsten investier ich ein bisschen Zeit und spiel die alten Sachen nochmal. Ja gut. Hast du noch etwas, was du hier hinzufügen möchtest zum Abschluss? Ja. Aber das mache ich, nachdem wir Tschüss gesagt haben. Damit siehst du das niemand mehr antun muss im normalen Video. Warum? Ich habe meine Gründe. Okay. Also dann, das Video ist beendet. Ich sage tschau, danke fürs Einschalten. Gleiches auch von mir. Ich habe Angst, was der Leut jetzt machen wird, aber wir sehen uns nächstes Mal beim Month of Zelda wieder. Macht's gut und tschüss. Okay, okay. Ich muss das loswerden. Das geht nicht anders. um in die Stadt der Wolken zu kommen, in die Wolkenstadt zu kommen. Ey, ich muss einen Brief von Kakariko zum, äh, nach Hyrule, äh, nach Hyrule Stadt bringen, zum Doktor. Aber der Doktor akzeptiert das nicht, also muss ich das zu Tachin, oder wie die auch heißt, bringen, damit sie mir ein Rezept gibt, also, ich hier so einen Kassenbon gibt, vom Doktor, weil er Schulden bei ihr hat. Also zeige ich das dem Doktor nochmal. Dann sagt er, ja, okay, ich kann dir helfen, aber ich habe das Ding, was du willst, nicht mehr. Also muss ich zum Wolf werden, der Duftspur hinterher, weil er Chemikalien drauf verschüttet hat, gegen irgendwelche Wölfe kämpfen, damit ich die Kackholzstatue bekomme, damit ich die Elia zeigen kann, damit sie sich daran erinnert, dass irgendwo in einem, äh, verschütteten Dorf, eine alte Frau ist, die gerettet werden muss. Dann gehe ich da hin, kill 20 Monster, sie gibt mir, äh, Elias Kette, ich bring die Kette zu Elia zurück, sie sagt mir, oh, ja, die Frau wartet da auf jemanden, der den, äh, Kopierstab hat. Ich hatte den Kopierstab dabei, also gehe ich nochmal zu der Ollen, sag ihr, hier, ich habe den Stab, ich bin der Geilste, sie gibt mir einen Kodex, ich gehe mit dem Kodex zurück, nach Kakariko, zeige es dem, keine Ahnung, Bilbo, da unten, er sagt, oh cool, ich kann das hier lesen, er liest das Teil, mein, Stab wird zu Leben erweckt, er sagt, hey, irgendwie hat sich nichts an der Statue hier getan, aber hier sind andere Statuen, geh da mal hin, sieben Statuen oder so, klapperst du auf der Karte ab, vervollständigst deinen Kodex, gehst wieder zurück zu Bilbo, der liest das Ding nochmal vor, dann öffnet sich die Statue, du kannst die Statue wegschieben, da ist eine Kanone, muss mit Bilbo wieder reden, damit er sich verpissen kann, damit du das mit Bittner zusammen, zum Hylia-See bringst, dann wird die repariert, und dann kannst du zum Wolkenhort, will ich jetzt sagen, aber nein, in die Stadt der Wolken, das musste raus, das war so scheiße, ich hab das gehasst, warum, ich wollte nur hoch, ich wollte den doppelten Enterhaken haben, ich wollte der geilste sein, ich wollte Spider-Man im Zelda-Universum sein, aber ich musste das alles ertragen, und dann hab ich den Dungeon nicht mehr fertig gemacht, tschüss, Ich weiß nicht,